Da die anständigen Leute Deutschland nicht länger ertragen können, haben meine sehr geschätzten Damen und Herren die höchste Steuerlast der Welt für den Mittelstand in unserem Land. Wir haben auch die höchsten Strompreise weltweit. Natürlich tragen die Grünen dazu bei und verschlimmern die Situation noch weiter. Doch der eigentliche Zirkus, den wir im Jahr 2023 erlebt haben, ist die Verantwortung derer, die jetzt hier aufhören sollten, Märchen zu erzählen. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, derjenige, der den Menschen hier am meisten Sand in die Augen streut, muss Mitglied der CDU sein. Ich kenne sonst niemanden in diesem Land, der sich so oft als Feuerwehr verkauft, obwohl er selbst der Brandstifter ist. Wir sollten uns überlegen, worum es hier wirklich geht. Heute sollen wir uns selbst feiern oder besser gesagt, die CDU möchte sich selbst feiern, weil wir eine Steigerung des Bruttoinlandsproduktes von 2,6 Prozent feststellen konnten. Die CDU möchte sich heute selbst auf die Schulter klopfen und behauptet, dass alles toll ist und dass dies alles auf ihre großartige Regierungspolitik zurückzuführen ist. Das zeigt nur, wie weit sie sich vom Volk entfernt haben und wie wenig sie mit der Realität im Land verbunden sind. Ich möchte das anhand von Fakten, Zahlen und Beispielen verdeutlichen. Ich beginne damit, die Jahre 2021 und 2022 miteinander zu vergleichen. Viele haben vergessen, was in den letzten drei Jahren passiert ist, aber wir haben es nicht vergessen. Im Jahr 2021 wurde kein Bereich unserer Gesellschaft nicht durch ihre widersinnige und unwissenschaftliche Art und Weise beeinträchtigt. Kein Einzelhandel konnte sich frei entfalten. Keine Dienstleistungsbranche konnte alle ihre Kunden empfangen und Lieferketten wurden gestört. Es ist sinnlos, diesen Zeitraum mit dem von 2022 zu vergleichen, wo die Einschränkungen gelockert wurden. Zweitens müssen wir bedenken, dass wir hier in unserem Bundesland von einem niedrigen Niveau ausgehen. Leider sind wir immer noch ein Niedriglohnland. Jeder dritte Mensch verdient hier weniger als 2500 Euro brutto. Bundesweit betrifft das nur jeden Fünften. Diese unterschiedliche Ausgangslage wird oft bei Vergleichen mit anderen Bundesländern ignoriert. Drittens habe ich mir angesehen, wie sich die anderen Bundesländer entwickelt haben. Einige haben sich besser entwickelt, wie Bremen mit einem Wachstum von 5%. Andere, wie Rheinland-Salz, haben sich schlechter entwickelt. Sachsen beispielsweise hat sich genauso entwickelt wie wir. Es gibt viele Faktoren, die zu diesen Unterschieden beigetragen haben. Aber sicherlich hat die CDU-Landesregierung keinen Einfluss darauf gehabt. Viertens vergessen sie völlig die Privatwirtschaft hier im Land. Nirgendwo sonst in Deutschland ist die Kluft zwischen öffentlichem Dienst und Privatwirtschaft so groß wie hier. Das liegt daran, dass der öffentliche Dienst mit Steuermitteln finanziert wird, während die Privatwirtschaft nicht mithalten kann. Fünftens wäre all das ohne den gigantischen Schuldenberg, den sie angehäuft haben, nicht möglich. Sie haben jeden Cent der Rücklagen dieses Landes geplündert und einen neuen Schuldenberg geschaffen, den sie jetzt als Corona-Sondervermögen bezeichnen. Sechstens leben sie ausschließlich im Hier und Jetzt und ignorieren die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wir haben nicht nur ein Problem mit Fachkräftemangel, sondern auch mit Auswanderung, weil die guten Leute Deutschland nicht mehr aushalten können. Deshalb brauchen wir keine Einwanderung, sondern einen Stopp der Auswanderung und eine Konzentration auf die Ausbildung eigener Fachkräfte. Das können wir schaffen, wenn wir es wollen. Und jetzt komme ich zum siebten Punkt, der entscheidend ist. Wir stehen hier sicherlich nicht vor einer guten Zukunft, wenn wir so weitermachen wie bisher. Die höchste Steuerlast für den Mittelstand und die höchsten Strompreise der Welt haben wir nicht wegen der Grünen, sondern wegen der CDU. Die CDU hat den Atomausstieg und den Kohleausstieg herbeigeführt. Sie hat die Genderpolitik vorangetrieben und die Bildungsmisere zu verantworten. Sie hat die Grenzen geöffnet und die innere Sicherheit gefährdet. All das müssen wir beachten und darüber sprechen. Wir brauchen keine Loblieder, sondern Lösungen. Wir brauchen eine unternehmensfreundliche Wirtschaftspolitik und müssen Fachkräfte aus eigener Kraft ausbilden. Diesen Weg können wir nur mit der Alternative für Deutschland gehen. Wir stehen an der Seite der Wirtschaft, der Bürger und der Mitarbeiter in diesem Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, meine sehr geehrten Damen und Herren.